Hallo, hier ist der Martin von Manne Monkeys, das ist die DAX-Anlöse für Monat, den 8.4.2024. Ja, und unser DAX bekommt langsam ein bisschen ein kleineres Blasenplatzen für alle die, die hoffen, dass der mal wieder richtig zusammenbricht, weil sie mehrere tausend Punkte wahrscheinlich schon im Minus liegen, ist die Wochenkerze von letzter Woche zumindest mal ein Wermutstropfen. Aber ich sage auch gleich was dazu, ich gehe gar nicht davon aus, dass es so brutal jetzt weiter nach unten fällt, das habe ich die letzten Tage auch schon gesagt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das eher seitwärtsorientiert weiter abkippt, wenn er denn abkippt und das eher ruhiger wird, wird er auch zum Montag eher das deeskalierend vermuten und bisher hat er sich eigentlich sehr, sehr gut in unserer Erwartungshaltung bewegt. Den Pfeil musste ich gestern, oder nee, für die Freitagsanalyse, noch anpassen. Wir hatten darüber gesprochen, hatten den einen weggelöscht, haben die ganze Zeit davon gesprochen, dass er bei 18.100 drehen soll und als ich dann die Screenshots gezogen habe für die schriftliche Analyse, die ich ja ein paar Minuten nach der Videoanalyse dann überall auch noch verteile, beziehungsweise die dann eigentlich eher mehr verteilt wird von anderen, die sie bei uns auf der Website wegkopieren, hatte ich das dann noch angepasst. Natürlich für den einen oder anderen blöd jetzt, dass er oben lag, aber ich denke, wir hatten ausschließlich darüber gesprochen, das war das favorisierte Szenario, dass er runter auf die 100 geht, von dort dann wieder zurückschreibt und so einen Plus-Minus-Null-Tag macht und genau, genau so ist es gekommen halt, obwohl ich mehrfach betont habe, es geht hier nicht darum, die Zukunft vorherzusagen und eine Glaskugel zu machen, sondern einfach zu beschreiben, wie sich der DAX üblicherweise in solchen Situationen bewegt. Und das ist ja auch das, was hinter der Chart-Technik liegt, ja. Ich lege überhaupt keinen Wert auf irgendwelche Nachrichten oder das, was reinkommt, sondern ich unterstelle einfach, die Leute, die davor sitzen, das sind alles Menschen und Menschen verändern sich nicht. Menschen haben immer wieder die gleichen Antriebe, Gier, Angst und so weiter und so fort. Das heißt, ich versuche komplett die Nachrichtenlage auszublenden und unterstelle einfach, okay, die davor sitzen, reagieren in dieser Situation wieder so. Das klappt nicht immer, das klappt nicht zu 100%, das muss man klar sagen, aber es klappt doch deutlich öfter, als es nicht klappt. Und deswegen ist das für mich eine wesentlich effizientere Methode, mit dem Markt umzugehen, als jetzt nach Nachrichten zu gucken und zu sagen, ja, die Wirtschaftssage ist ja katastrophal, theoretisch müsste der Markt 5000 Punkte fallen und dann fällt der aber gar nicht. Und ich sitze den ganzen Tag short drin. Das führt für mich nicht zum Ziel. Ich habe das auch früher noch probiert, da auch mit Nachrichten was übereinander zu legen. Gefühlt dazu haben wir das Gegenteil gemacht, aber auch nicht zuverlässig. Wenn du dann doch dachtest, du machst mal genau das Gegenteil von dem, was in Nachrichten kommt, dann hat es dann doch mal geklappt. Das hat mir alles nicht gefallen. Und deswegen habe ich mich hier auf sowas fokussiert, um die Markenart zu eruieren, dass man merkt, das ist ja auch immer wieder ähnlich. Du hast immer wieder die gleichen Bewegungen. Wir sagen hier, ihr könnt bis hoch bis 4,30 und dann nochmal runterfallen und nochmal genau die gleiche Strecke und dann sagen wir bis 18,100 und von dort wieder aufdrehen. Und dann macht das ja genau so. Nicht, weil ich die Zukunft kenne, sondern weil es eben in der vergangenen Situation auch wieder so gemacht hat. Und so gehen mehrere Leute ran und dann klappt das auch, was hier passiert. Wie gesagt, es klappt nicht immer. Man muss auch wissen, dass man dann nicht handeln sollte, wenn der Mark wirklich komplett aus der Analyse rausspringt. Ja, das wissen viele nicht. Die hauen genau dann immer mehr Einsatz rein. Aber das ist das, was wir hier machen und das, was auch Spaß macht. Demzufolge, wie geht es jetzt weiter? Erstmal vielleicht noch den kleinen Einflüger. Seminarhotel habe ich bestätigt bekommen. Das heißt, wir machen definitiv 29.30. Ich glaube, ich hatte letzte Woche erzählt, dass das ein bisschen noch wegen der Fußball-WM da so ein bisschen, wir das auch noch verschieben mussten um eine Woche. Also das letzte Juni-Woche ist das Seminar, da machen wir genau sowas, dass ihr das selber machen könnt. Wir machen auch jedes Seminar, dass die Teilnehmer dann die Morgenanalyse für den nächsten Tag erstellen. Letztes Jahr hat es ja brutalst genau geklappt. Da haben wir komplett meinen Chart einmal umgedreht. Und zwar ein nahezu Volltreffer, was auch zeigt, die Leute haben verstanden, wie sie vorgehen, wie sie die Linien ziehen müssen, wie sie ein Ziel ermitteln können, wie sie die Szenarien aufstehen, wie sie sich da drinnen bewegen und traden. Und das ist Zielstellung vom Seminar, dass man einfach lernt, mit der Chart-Technik-Methode umzugehen. Und wer dann noch auf Nachrichten gucken will, der kann das ja trotzdem machen. Aber der kann das dann ergänzend mit hinzuziehen. Oder wer, keine Ahnung, irgendwelche anderen Techniken noch mit an will, das können ja auch mal machen. Aber im Seminar vermittle ich das, wo ich weiß, dass es für mich funktioniert. Und für die, die bei uns immer wieder waren und sagen, hey, das hat super geklappt, damit komme ich super zurecht. Das vermitteln wir weiter. Auch Trading-Setups aufstellen, wo ziehe ich mein Subloss, wo gehe ich hin, wo suche ich mir einen Take-Profit, wann lasse ich auch mal laufen, wann sollte ich vielleicht lieber nicht laufen lassen, wann rechne ich mit einer Seitwärtsphase, wann rechne ich mit einer Trendphase. Sowas gucken wir uns eben alles an. Aber gut, genug Eigenwerbung für den Montag. Würde ich jetzt tatsächlich erwarten, dass wir auch noch weiter nach oben zurückstellen. Wir haben auf Wochenebene, wie gesagt, ein Umkehrsignal bekommen. Der DAX ist aber auf Wochenebene relativ träge, was die Umsetzung von solchen Signalen angeht, wie wir sie jetzt bekommen haben. Das heißt, das kann tatsächlich, das kann sogar zwei Wochen dauern, bis der so eine Traglast, wie er sie hier gesetzt hat, dann nochmal nach unten entfaltet. Die Wahrscheinlichkeit wäre aber da, dass er aus der roten Wochenkerze eben noch was zaubert. Ihm steht es aber frei, in dieser roten Kerze einmal von unten nochmal einfach quer durchzulaufen. Und wie gesagt, ich würde zum Montag tatsächlich damit rechnen, dass er das auch nochmal tut. Gut, wir haben hier jetzt einen Bereich, gerade mit mittleren Bollinger-Band, diese 2,40, 2,60 oder sowas. Das wäre jetzt, denke ich, ein sehr, sehr schöner Anlaufpunkt zum Montagmorgen, um auch nochmal ein bisschen nach oben zu sputen. Und dann müsste er sich am Montagmorgen dann ein bisschen festlegen, wie er sich bewegen will. Ja, ist er noch auf Krawall, hat er noch Verkaufsdruck drin, wird er wahrscheinlich aus der Zone heraus, 2,40, 2,60 nochmal nach unten gehandelt werden, bis unter das Tief vom Freitag drunter, und sich darunter dann aber wieder stabilisieren. Ja, also in unserer Zone, die dann 18,40, 18.000 ist. Sowas könnte ich mir gut vorstellen. Horen die 2,40, 2,60, dann einmal runter auf 18,40, 18.000, und von dort dann erstmal wieder so mittig zurück, seitwärts raus und dann Dienstag abwarten. Das wäre für meiner Meinung nach ein negativeres Szenario für den Montag. Positives Szenario wäre, wenn er hoch in die 2,60 kommt, dann von oben aber nur beispielsweise einen Gap-Close macht oder nochmal auf die 1,80 zurückkommt, den Vortagesschluss quasi einmal von oben antippt, wieder hochdreht und anschließend neue Hochs bildet. Sehen wir sowas, also hoher in die 2,40, runter auf 1,80, drüber über die 2,40, 2,60, würde ich damit rechnen, dass wir in die 3,35 bis sogar 400 noch hochgehen können am Montag. Wäre das positive Szenario. Negative Szenario wäre, er setzt ein Abwärts-Gap, lässt das Gap offen, drückt sich direkt durch und buddelt sich schon unter die 18.000 am Montag. Ja, das wären so die drei Konstellationen, die ich sehen würde. Heute, ihr seid in einem Vorteil, könnt früh gleich 8.30 Uhr, könnt ihr schon gucken, ist denn A, ein brutales Abwärts-Gap zu sehen, B, wie hat er sich in den ersten 2 Stunden bewegt, ist er hier oben ran und dann könnt ihr den restlichen Tag das jeweilige Szenario eben dann für euch noch mitnehmen oder vielleicht sogar, wenn von Beginn an schon klar erkennbar wird, wo die Reise hingehen soll, die Zwischenstation nutzen. Manch einer ist vielleicht sogar aus dem Freitag noch raus long drin, aus der Umkehr hier. Und wie gesagt, das wäre dann eine schöne Station hier, um vielleicht auch mal einen Teilverkauf mitzunehmen, weil von dort eben auch noch ein bisschen Abwärtsrisiko droht. Ja, das ist so die Erwartungszeitung. Wie gesagt, gucken ein bisschen, wie der Markt reinkommt, ein bisschen Gefühl fürs Sammeln, man muss nicht gleich der Erste sein, der Handelstag geht bis 22 Uhr, man muss nicht 8 bis 9 Uhr sein ganzes Pulver verschossen haben, man kann auch gucken, wie ist der Markt drauf, wird er positiv gehandelt, wird er negativ gehandelt und dann hat man bis 22 Uhr noch genug Zeit, irgendwo in den Trade reinzudrücken. Ja, da haben manche auch immer ein bisschen zu viel Enthusiasmus. Wir gucken Analyse und dann muss das von 8 bis 8.20 Uhr durchlaufen sein, sonst war die Analyse schlecht. Das ist aber nicht Ziel und Zweck, sondern das ist eine Tagesanalyse. Deswegen auch das beschreiben mehrere Szenarien, auch wenn der eine oder andere das manchmal nicht versteht und dann sagt, naja, jetzt hast du gesagt, die ganze Seite, die ganze hoch oder runter, super, weil da kann ich mir was von aussuchen. Aber so ist es nicht. Ihr könnt eben anhand dieser Konstellation durchaus im Tagesverlauf ermitteln, in welchen diesen Szenarien wir bewegen und habt noch genug Zeit, da irgendwo eure Punkte mit rauszunehmen. Okay, gut. Das soweit von meiner Seite. Wie gesagt, Seminar. Ich schicke jetzt auch in den nächsten, ich sag mal, 3-4 Stunden die Mail dann rum. Für alle, die, die sich jetzt schon gemeldet haben, bekommen dann jetzt die erste Info-Mail. Und ja, für die, die sich noch nicht gemeldet haben, aber trotzdem teilnehmen wollen, könnt ihr gerne eine Mail schicken an seminar-monkeys.com. Ich hänge es auch hinten nochmal dran und in die Kommentare. Und dann machen wir alles weitere per Mail und wünsche euch viel Erfolg zum Dienstag, äh, zum Montag. Und tschüss. Und dann machen wir alles.